moin moin meine freunde heute startet die hoffentlich letzte season vor dem update heute haben die bei clash quest schon gepostet dass die sneak peeks bzw dieses sneak peek video zum update abgedreht ist da will ich mal ganz stark hoffen dass es dann auch samstag erscheint und genau in einer woche dann endlich das lang ersehnte update kommt lasst uns diese woche noch einmal zusammen brechen und dann ist nächste woche endlich infinity gefixt und wir gehen wieder mit komplett neuer motivation ins game rein so wir haben ja tatsächlich sogar ein token gespart das heißt schon was wir haben einfach vier tokens cool wäre wenn wir diese woche kein token ausgeben gar keins und dann zum update sieben tokens haben das wäre krass das wäre wirklich krass ob zu 100 prozent das update kommt na nix ist zu 100 prozent was passiert aber wahrscheinlich also wir nehmen diese woche wirklich kein token egal wie doll wir brechen kein token schreibt mir dann immer rein wenn ich ein token nehmen will dass ich es lassen soll und boom beach token soll kein token nehmen einer erst angegriffen wir haben es auch erst viertel nach sechs ja und fünf gemacht bisher der ist sogar noch im angriff drin ja truppen sehen eigentlich ganz nice aus bomber sind nice magier nice baby's nice minions also haben wir zwar keine swaps mehr aber das ist jetzt gar nicht finde ich gar nicht so schlimm ich bin bei einem minion die schmutzhütten die schmutzhütten aber die kriegen wir mit bomber weg na das ist okay es ist wirklich okay mit dem bomber es stirbt nix ich bin bei einem minion und da gehen wir mit goblin kombi rein ja perfekt was sagt die nächste stage magier auf gar keinen fall ich würde bomber sagen bomber wir starten jetzt auch mit bomber neben retweets äh retweets ja schon charges einer stirbt glaube ich ne wir probieren das ohne minions zu clear na super warum muss denn der sterben stirbt der vom x-bone ne ich bin ein baby jetzt müssen die beiden goblins eigentlich klären dann machen wir den nächsten stage mit minions vielleicht vorher die bomber rein 6er babies let's go vorher safe die drei bomber dann haben wir die minions auch connected ohne charge bruch wir nehmen logis mit dritte lane loggen ja ja ich glaube auch das ist nice oi das ist sehr nice wir könnten theoretisch doch die hütte zappen mh aber ne ein bomber ich spiele jetzt erst minion dann goblins und da müsste ein minion reichen wenn mich nicht alles täuscht 167 188 macht der ne 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 183 jetzt starten wir gleich mit prinzen bombe aber ich glaube irgendwie habe ich das gefühlt dass die runde nix wird digga wir müssen schon babys spielen prinzen macht keinen sinn babys und dann prinzen nochmal babys nice ok das ist eigentlich ganz gut spielen die bomber hinten ein minion lassen in einem bomber sterben es wird gleich aber kritisch es war so klar wir müssen einfach zappen und das jetzt mit einzelnen machen aber dann haben wir die babys auch gebaut das ist in ordnung ja super weil das ja auch eine baby stage ist ja ach digga shit bomber wir müssen rechts einmal loggen na ach das gefällt mir nicht ich glaube ich muss trotzdem bomber spielen oder es kommen jetzt vernünftig babies nach aber babies wären auch scheiße oder auch nicht es könnte klappen nice wir müssen das so machen nächstes stage mit bomber spielen schlechter hätten die bomber aber nicht stehen können links brauchen wir noch einen bomber na war klar kannst du eine tonne werfen alter wir werden am ende jetzt alles spielen müssen jetzt vorbei ja gg prinzen scheiße bomber ja ist vorbei ist für den arsch kriegen wir auch nicht mit zeppis hin oder wie viel hat der das ist ein 1 2er boah bitte noch einen bomber ist gut ich muss den sowieso zappen zapp umfänger und prinz jajajaja safe call jetzt spiele ich den prinzen raus jetzt bitte noch einen bomber oh das ist stark digga oh nein oh der obwohl der baby hätte nicht sterben dürfen ok ich bin mir nicht sicher ob goblins smart sind also das problem ist magier würden nichts clear aber goblins wäre overkill ich probiere es mit magier scheiß drauf ah hier wären goblins glaube ich besser gewesen so nein jetzt ist die frage reichen die zapps plus die goblins mal probieren mal probieren so müsste es nochmal reichen ne ich save den goblin erstmal ja wir brauchen aber save noch die restlichen oh oh das ist mies digga ich clear das niemals clear ich das nur mit magier und anderen truppen niemals ich muss alles spielen ja egal spiele ich halt alles anders geht es eh nicht ja der refill ist aber ja ist geil aber es ist halt tut halt jetzt hart weh aber hätte ich die goblins gerade genommen hätte es ja auch nichts geändert hätte ja auch gar nichts geändert mit dem prinzen ja vor allem reicht es immer noch nicht digga müssen den überholen wir müssen noch zweimal swappen es reicht immer noch nicht ja wir swappen noch zweimal shit ja egal 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 was eine miese brise alter wird wirklich zeit fürs update dann denkt man nochmal wieder mehr nach jetzt ein dicker prinzen refill bitte den nehmen wir boah jetzt müssen prinzen rechts kommen sonst bin ich am arsch wenn die prinzen nicht rechts kommen dann ist vorbei ich glaube ich muss alles spielen wegen der kombi oder jetzt baby refill bitte baby refill ich will dass die reise noch nicht endet 10er babies ist gut ein zap dabei oh zwei sogar zwei sogar aber nächste runde nächste runde endet die reise glaube ich boah das war aber eine ganz knappe nummer ich glaube hier endet die reise ja hier endet sie ich kann gucken was zwei mehr machen das kriege ich nicht da um gesappt oder war gut ne also gut war das heute nicht ich denke dass heute ähm dass heute bestimmt 15 16 drin sind gut war das nicht ich habe halt nicht viel nachgedacht leider da aber ist ja nicht schlimm er bleibt eh viel zu viel über denke ich kein verbring auch ne 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 16 hp 6 nein 16 Ah, Digga, das tut doch weh Ja, der One Holder, also das war echt nicht so nice Also wenn da keiner 15 schafft Also mit Nachdenken schafft man heute 15, glaube ich Mit mehr Nachdenken, mit Concentration Aber alles gut, ist scheißegal Ich, ja, guck mal, er hat 13, ja, war auch klar Ist echt nicht schwer, ist ja auch nicht schlimm Ja, meine Freunde, das war's Wir haben, was haben wir geschafft, ich hab schon wieder vergessen 10 Räume geschafft, ist ja auch relativ scheißegal Hauptsache wir benutzen keine Tokens Und gehen nächste Woche mit Elan rein Diese Woche ist die letzte Woche, wo ich komplett breche Wo ich nicht mit Nachdenken spiele Wo mir alles egal ist Ab nächster Woche hoffe ich wirklich, dass die beim Update die Liga gefitzt haben Ich schwör's euch, wenn die an der Liga nichts geändert haben Und nach dem Update immer noch empfindet die möglich ist Dann war's das mit der Liga Aber das denke ich natürlich nicht Wir sehen uns, meine Freunde, haut rein, bye, bye, euer Psy Beibebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe